ja nur mein lieben leute willkommen hier wieder zurück zu neuen folgen meine graf die auf uns ein kleines aber mit uns mehr überhaupt nicht mehr finden dann brauchen sind das auch immer so viele erklären wie das bitte ja um die überlegen immer noch hier an dieser form wenn das keiner weiß dann das muss man das mal lassen und töten die per Hand mal schauen das ist schon zu viel oder was ja ja das ist immer noch zu viel und es geht nicht noch langsamer wenn ich jetzt noch ein tick langsamer mache denn naja das ist die sicherste Todesfalle überhaupt der weggegangen das war schon um wir nehmen uns jetzt hier ein paar Sachen ich dachte du machst mir die Tür auf ach so das kann ich jetzt mal schnell machen ne jetzt ist zu spät jetzt bin ich mir hochgeklettert hallo ja die sicherste Todesfalle überhaupt um und in diesem Part habe ich was kleines anzusprechen und zwar wir haben das jetzt irgendwie hinbekommen so dass wir es gibt es haben lol weil wir können das einfach auch für wir sind wir sind die besten und damit ihr mal seinen Skin sieht es sieht aus wie ein maskierter Propaganda mein Schnee sieht irgendwie aus nennt man auch Scharfschütze sieht irgendwie aus wie eine Latzhose bin ich ehrlich was du dort um hast naja und ich habe auch mein Skin geändert Achtung überraschend für jeden oh ich bin Jesus ähm wir haben uns genau wie sich geändert um einen Test zu probieren auf dem Server hat aber nicht geklappt weil ich meinen alten Skin nicht gefunden habe und habe ich gedacht naja probierst du einfach mal einen neuen Skin aber gut das sind so Sachen die muss man nicht unbedingt wissen meine Level sind weg weil ich gestorben bin und was gibt es noch zu besprechen dass draußen die Burg irgendwann mal bald entstehen wird eben was angefangen ich habe letzten Parts leider nicht ganz aufgenommen oh angefangen draußen zu begleichen alles es ist etwas beglichen sagen wir mal so es ist natürlich sehr viel Arbeit legen wir uns mal kurz hin wenn es geht ne geht nicht ähm trotzdem gehe ich jetzt raus äh wir schlafen ähm ich geh trotzdem raus ähm und fütter mal unsere Kühe alter weißt wie viele Kühe das sind schon ja zu viele ich mach noch einen durchlaufen danach schlafen holz ach ja hier die Eichentüren sind aber hässlich wenn ich irgendwo Akazientüren doch hier klar muss man gucken muss man eigentlich haben ähm oh diese Hühner die bringen mein Spiel zum Leggen ey oh mir reicht das jetzt ich kill davon ein paar ich wollte sagen wir können eigentlich alle killen weißt du wie viele Eier wir jetzt haben ich hab auch noch zwei Reihen ne nicht alle ich hab auch noch zwei Sechs hier ist da äh zwei Sechs zwei Reihen von Töten Töten boah das ist erstmal Leg Reducing hier wirklich sind die alle One Hit mit nem Eisenschwert so Leute morgen wird außerdem ein Special rauskommen für alle die was ja ähm na wohl warte mal morgen ja morgen können sogar zwei Special kommen ich weiß es nicht ganz aber wir werden sehen wie viele Specials da rauskommen und zwar einmal ist es eine Projektvorstellung da 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 geh mal oder ist das nie von unten ne egal wir sprechen das lieber nie an äh und dann gibt es noch die Sache wo ich den Master brauche vielleicht es Jujo jetzt guckt der blöde ich frag blöde es ach so ich gucke äh und zwar ich hab gedacht dass wir mal eine Server Vorstellung machen auf eine ganz auf eine ganz besondere Art und Weise was oh mein Gott jetzt gehts los ja nie Server Vorstellung nicht unbedingt so sondern einfach mal ein Server uns nehmen und zwar den altbekannten Hive Server auf dem mal jeden wo ich schon ungefähr 5.000 mal drauf war ich wollte gerade sagen also der Server ist vom Livestream wer den Livestream nicht kennt unten einfach in der Beschreibung äh mal hin ähm einfach mal klicken und ja einfach mal am Wochenende äh dazu kommen macht natürlich riesen Spaß heute kommt einer der müsste auch in einer Stunde beginnen wenn ihr das Video äh um 16 Uhr guckt gleich sonst um 17 Uhr beginnt er bestimmt oder wir können auch 16 Uhr anfangen äh es kommt auch an wie das ist bei mir mit mit allen möglichen Sachen die noch fehlen also spätestens 17 Uhr beginnt der Livestream äh wer natürlich wissen will wann er genau beginnt guckt einfach auf die Facebook Seite alles unten verlinkt einfach mal liken und jeden Tag mal ein bisschen drauf gucken was es für Neuigkeiten gibt es ändert sich fast jeden Tag etwas dabei mhm dann gibt es sonst gibt es nichts mehr zu besprechen jetzt kannst du endlich mal ein bisschen reden wenn du möchtest so ich habe die Farm jetzt zu Wasser geändert jetzt kriegen wir zwar kein gebratenes Hähnchen mehr raus aber hey wir können die auf jeden Fall ertränken und ertränken funktioniert hundertprozentig man kann Hühner ertränken das dauert zwar auch lange aber es funktioniert jetzt auf jeden Fall hundertprozentig man kann Hühner ertränken ja Hühner ertränken das ist mir neu ja ja das funktioniert mit Cheese mit Cheats mit Cheats geht alles merkt ihr eigentlich mit Cheats ist das Leben leichter muss niemand wissen muss niemand wissen also Leute wir spielen natürlich hier ganz normal ohne Cheats die normale Minecraft Version natürlich spielen wir ohne Cheats das habe ich auch nie behauptet was anderes hätte ich nie behauptet stimmt eigentlich Alter wie viel Eisen kriege ich denn grad hier Dezent zu viel Och eine Eisenquelle nach der anderen 17 habe ich bisher was nur kommt noch mehr du musst dir die du musst dir die Folge angucken drei Blöcke weiter und ich krieg du musst dir die Folge angucken und ich krieg die ne das mach ich sowieso äh krieg die nächsten äh krieg schon die nächsten Eisenquelle und die nächste Kohlequelle und 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 das ist richtig krank das war schon wie ich die Folge nenne Kohle mit ne Reihstoffuhre oh ja ne das bist du ja schon das geht nie dann krieg ich wieder Anschluss von den Reihstoffuhre hallo ich bin in Heels hallo ich bin in Heels das wird bestimmt zu laut sein ich verballer mal unsere Eier ich mach mal das Skelett damit ab 34 Eisen läuft nix alter ein Block weiter und die nächste Eisenquelle ihr wollt mich wohl verarschen was ist mit dem Server los nein verdammtes verdammtes chicken nein geh sterben nicht weg äh es gibt jetzt zwei Möglichkeiten äh gut tot es gibt zwei Möglichkeiten okay gut tot so und jetzt kommt wieder nischt schön aber so erstmal Eier chicken Master Werfo du bist doch sowieso der Master Perforierer des Todes mit Eiern Redstone und Gold so nächstes Eiergemisch yeah ich brauch mein Clickbot gibts nie wenn auf jeden Fall die Eier wenigstens schnell alle ich hoffe sie jetzt grad so viel für ein Skelett ich will die ganze Zeit laber und nächste Eisen weil ich könnte auch nur Ultra Clock an den Dispenser anschießen und dann die Eier da rausballern lassen ja und dann hast du ja die Lecks das wäre allerdings auch ne Möglichkeit na gut ich hab meine Sachen jetzt grad nicht bald zum reinbasteln und dann außerdem haben wir noch keine Comparator ja ich muss sicher auch erst ein Comparator basteln dann könnte ich nur Ultra Clock machen okay Ultra Clock geht mit Redstone Block ganz easy schön zu wissen so Leute so Leute was ich was mir außerdem noch einfällt für die Leute die nicht wissen was letzten Part am Ende geschah ein was ganz gefährliches ist geschehen das werde ich jetzt in diesem Kohlablog schnell verlinken diese Ruhe gerade der plant dort um und was wenn der ruhig ist ist nichts gut sag 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 in your face die meisten mit Eiern in your face auch die face in your face in your face indoor face hey komm lass uns mal Rap Battle machen ich kann zwar nicht rappen aber gut ist du auch nicht ja Mensch dann wird das das epischste Rap Battle aller Gezeiten lass uns bitte aber nicht streiten das fängt schon an fette Punchlines hierher in dein Gesicht und das schmerzt dich sehr du hast gewonnen ey das wirst irgendwie wirklich mal sowas raushauen wir könnten auch einfach mal versuchen in Parkour zu reimen DIA DIA deine Mutter ist ein DIA DIA oh ja das ist DIA ach DIA keine Ahnung Zweckrenge sind so schlimm achso Leute auch doch ein Thema was ich ansprechen will geht einfach mal unter dem ja nichts böses keine Angst ich hab versehentlich unseren Berg gesprengt hoppala äh ich glaub so schnell bin ich grad nie oben ganz froh sein dass ich das nie sehe äh und zwar mit ich hab ein paar Seiten unten verlinkt äh und zwar auch noch die geeiste Seite eigentlich die ich finde äh letscreate.de einfach mal drauf gehen für Leute die mal Minecraft zocken wollen auf dem Server Battlefield Server haben möchten äh oder TS Server haben möchten einfach mal dort auf die Seite klicken gibt es äh die billigsten Server so finde ich natürlich und äh die ganze andere Welt die andere Seite der Welt hört sich komisch an äh hört sich äh ne hört sich komisch an das will ich nicht sagen und wenn ihr Server für eure Server sucht dann seid ihr da auch genau richtig da gibt es selbst Server für die Server stimmt sogar ja so war das damals stimmt sogar da ist sogar Server also ne einfach ja das Teichchicken stimmt ja wir haben ja ein Teichchicken ja das haben wir extra für die Greenpeace Leute gemacht Greenpeace für alle äh ach Cecil bei unserem Hauslaufe noch ein paar Creeper rum leider sehr nervig ach jedenfalls unten mal in der Beschreibung äh drauf gehen und dann ist es der Gliederfüßer du musst dir haben wow ich hab ein Eisenschwert ein Non-Encharted Eisenschwert den habe ich da auch wenn es ist der Gliederfüßer drauf auf 17 weiß was mir gerade so auffällt ich bin ohne Level Scheiße ne ich bin ohne Level rein ohne Level runtergegangen und hab jetzt 15 äh zwei Drittel 15 zwei Drittel 9 78 480 ich bin tot sehe ich zum Glück hat es nicht geleckt das war klasse naja zum Glück bin ich auch hier gleich nebenan gestorben oh man wie behindert so meine Sachen wieder aber wenigstens hab ich mit dir erschwert wieder so ich lass jetzt mal was gebraten auf mir weh zu tun so weg und hör auf mir weh zu tun mir kommen noch mehr helf mir mal denn ich wüsste wo ich kann mich im Inventar nicht sortieren da bist du alter hier 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 da wo ein großes Loch ist ach da guck mal du dich und deinen hinter diesen Creeper hinter mir vor mir meinst ja der da Achtung oh ne ich schon wieder das ist knapp das ist noch einer das ist noch einer vor allem die Fläche warte ich hab dich ich hab dich gerettet wow das war strategisch warte 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 hat der eine hat der hat der hat der Ich habe ein DIA-Schwert. Meine DIA ist die, die du bekommst. Weiß nicht, was du den mit einer DIA-Spitzhacke an... Achso, ja, hier. Dein DIA, dein Zeug, dein Zeug. Das ist meins, das ist deins, das ist deins. Was mir so auffällt? Wir bräuchten mal langsam Rüstung. Deins. Wow, Skelett. Deins, kill die mal. Und eine schöne Level-Points habe ich... Ach, Rüstung wird überbewertet. Merke ich gerade. Rüstung wird voll überbewertet. Ich würde mal sagen, äh... War es das jetzt, mit dieser Folge, schon? Nee. Hä? Nee? Noch nie? Bist du behindert? Noch nie? Ich schlag dich, das geht noch 13 Sekunden länger. Okay. Gut zu wissen. 13,5, 54,9. Scheiße, Creeper am Wasser, Creeper am Wasser. Gib das weg. Lauf, lauf. Ultraschall, maximal Überschallgeschwindigkeit. Oh, gerade so geschafft. Auf Disaster. Ähm... Rüstung braucht man nie, der Eis... Jetzt darfst du den Park beenden. So. Ich würde mal sagen, wir gucken uns wieder in die süßen Augen und bis zum nächsten Mal. Euer Mänder... Oder ich sollte hier mein Inventar, ich weiß ja nicht. Euer Mänder aus dem Wald und der... Rack-Hut-Snipe-Play! Und wie er auf den Arm kam, kommen wir aber in der nächsten Folge. Ciao, ciao!